hey leute das ist jetzt der zweite teil von unserem bike check da liegt jetzt das ist so ein liegerad das ist ein scott ransom das war so ein letztes jahr ich brauche ein fahrrad und das war das einzige was da ist option das habe ich mir extra 275 geholt weil ich ja so ein bisschen demnächst gefahren bin und da kam mir das gelegen so da habe ich auch so ein bisschen tuning gemacht also es renzen 930 mit 27,5 ich war immer schon plastik mit ein und das sind auch plastik mit ein von odyssey sind glaube ich die odyssey pro pedalen die sind ein bisschen besser als die normalen odyssey weil die pins schärfer sind das natürlich mit match und so macht das auf jeden fall ein bisschen mehr sind auch so fand ich die farbe ziemlich sexy passt nämlich zudem achtung max das minion reifen die habe ich hier auch drauf gemacht original kommen die magic mary damit aber leute ich habe jetzt glaube ich vier oder 500 gramm gespart nur weil ich diese million reifen drauf gemacht hat da hinten der ja und vorne richtig dhf vorne 27 mal 2,5 und hinten 27 mal 2,4 dann war es einmal nächstes auch ins auge springt ist hier der dämpfer den habe ich direkt rausgehauen den original von ich weiß die marke gar nicht mehr das war echt also das war wirklich ein scheiß dämpfer und scott hat ja auch immer twinlock das heißt dass von dem dämpfer ein kabel hier hoch zum lenker geht dass man den dann locken kann was man jetzt hier mit diesem schalter einfach macht und scott hat normalerweise an der gabel auch dieses twinlock das geht dann hier rein und dann kann man halt die gabel auch locken warum auch immer man das machen sollte ich habe keine ahnung auf jeden fall direkt rausgerissen den scheiß und an diesen rockshox super deluxe und den habe ich reingebaut mit dem hintergedanken dass ich mir rockshox mac neck reinbauen wie das genau funktioniert haben wir in dem schnee downhills letzte schnee downhills das glaube ich haben wir das mal getestet und beschrieben ansonsten habe ich hinten die felge getauscht und die nabe das ist ein kompletter laufradsatz das war glaube ich im tropen drin fällt nabe geiler an der nabe an der als an der stock nabe ist dass die nicht so laut ist und die felge ist natürlich viel stabiler weil die original felge habe ich mir direkt die diverse delen reingefahren dann auch der ergon sattel das ist einfach der ist einfach super leicht und macht was er will macht was er will ist auch gleich macht was er soll ich bitte so dann kommt mit der lenker war auch ein bisschen zu klein habe ich mir jetzt ein six pack geholt der hat ein bisschen mehr race das persönlich ein bisschen geiler finde passenden raceface vorbau weil vorher waren es vorne die kleine klemmung mit ich weiß gar nicht wie viele sind 31 person jetzt 35 und das hat mir einfach ein besseres gefühl gegeben da an den dropper getauscht dass hier von one up das geilste an dem bike das geilste an dem bike sind die bremsen das sind die billigsten shimano vier kolben bremsen dies gilt aber die in verbindung mit trickstorff rotoren und diesen bremshebeln hier das sind auch geht der shimano die ohre die übelst billigsten bremshebel aber die haben sehr wohl das heißt ja was heißt das eigentlich sehr wohl und wenn wir hier noch mal hinten hingeht auch wieder die trickstorff scheibe und die trickstorff belege die roten und die kombination der hammer dass das günstigste was man sich dran bauen kann aber es bremst richtig geil also ich bin wirklich super super begeistert davon ja und das war eigentlich auch schon die gabel ist eine normale rockshop die war stock an dem fahrrad dran mit 170 millimeter und dämpfer hat auch 170 millimeter weit weg ist jetzt das zweite drauf gehen wenn wir gerne mal kaputt ja das ist so das knallfahrrad ist eher so ein bisschen für für bikepark und rumspringen auch wegen den kleinen laufrädern damit ist man einfach viel agiler das war nicht so schnell beim downhill aber man kann so beim springen auf jeden fall auch bei drehen und so ist das alles viel praktischer das ist das gott wenn sein